Hi Lovely! Ja, da ist sie endlich wieder. Es hat ja auch lange genug gedauert, möchte ich mal wirklich sagen. Ich habe vieles für dich neu gemacht und darum geht es unter anderem in diesem Video. Als erstes möchte ich dir aber mal ganz kurz ein Haar-Update geben. Also, hier sehen wir noch eine Stelle. Hier sehen wir eine Stelle. Da ist noch eine Stelle, da ist eine Stelle. Und hinten ist immer noch der Nacken betroffen. Hier und dann habe ich hier noch so zwei kleine irgendwie unter meinem Plüsch. Ja, das ist mein Haar-Update. Im Moment lasse ich gerade wachsen, weil du hast wahrscheinlich schon auf Instagram mitbekommen, ich werde am 25.02. zu Friseur gehen. Und ich finde, da werde ich definitiv in meiner Story mindestens was darüber berichten, wenn nicht auch hier. Weil das ist mein erster Friseurbesuch seit fünf Jahren. Wir werden sehen. Also, ich weiß nicht, was man daraus irgendwie zaubern kann. Wir gucken einfach mal. Was ich nur sagen kann ist, mittlerweile, ja, Perukentragen piekst ein bisschen im Moment, weil ich ja meistens kein Wicked-Rip drunter trage. Ich muss mir das echt mal angewöhnen, dass ich eins anziehe. Ähm, gerade weil ich jetzt wieder längere Haare habe. Und, äh, da ist das halt, äh, ja, wie gesagt, es piekst irgendwie und ist nicht mehr so ganz angenehm. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Ja, aber, äh, in diesem Video geht es nicht nur darum, wie sehen meine Haare aus. Ähm, es geht auch um die neuen B-Lovely-Wicks-Produkte, äh, die jetzt im Januar rausgekommen sind. Und, und die möchte ich dir jetzt einfach mal kurz vorstellen. Ähm, genau. Wo fangen wir an? Es gibt jetzt Top-Wick-Grips. Top-Wick-Grips sind Wick-Grips, die du, ähm, auch wieder unter einer Perücke anziehen kannst, ohne einem Topper. Hier hinten ist ein elastisches Band, das kann man, ähm, hier an diesen Ösen verstellen, quasi. Dann hat man hier so eine Lasche, aber du merkst das überhaupt nicht. Und die Dinger sind nur dafür da, wenn du Haare hast. Also, ohne, äh, Haare, ähm, ist das nicht so, also, es ist auch eigentlich für Topper, aber auch für Perücken geeignet. So, ich hab das jetzt hier, das ist ein bisschen groß eingestellt, das kann man kleiner machen. Ja, ich würde es weiter nach vorne ziehen, ich möchte es aber hier nicht, äh, einsaunen mit meiner Schminke gerade. So, machen wir mal vor für Perfekt. So, ähm, das ist ein Topper-Wick-Grip, du kannst es auch weiter hinten tragen, je nachdem, ähm, wenn du deine Haare vorne zum Rausziehen verblenden brauchst, ähm, also zum Rausziehen verblenden brauchst, zum Verblenden rausziehen musst bei einem Topper, was ja sehr sinnvoll ist. Ähm, es sei denn, du hast einen Lace-Topper, mit dem kannst du das übrigens auftragen, weil da hast du hier dann halt deinen Shuttle-Bereich, ähm, das geht auch. Für den Topper gibt es hier extra so Ösen quasi, da dran machst du dann den, kannst du die Kämme festmachen und dann musst du sie nicht an deinem dünnen Deckhaar, äh, festmachen. Das ist wirklich super praktisch und, also ganz ehrlich, man merkt dieses Ding auf dem Kopf überhaupt nicht, dass es da ist. Also wüsste ich es jetzt nicht, dann, ja, äh, man fühlt es überhaupt nicht. Also ich, ich habe das Gefühl, ich habe da nichts auf, weil ich kenne ja auch das Gefühl von der Perücke. Deswegen, also die Dinger sind, äh, super genial, super, äh, dünn, ähm, für Topper auf jeden Fall geeignet und, äh, für, ähm, Lace-Perücken sind die auch geeignet. Aber halt nur, wenn du eigene Haare hast. So, die gibt es in... Äh, Beige. Und in Dunkelbraun. Und das sind die hier, ja. Die sind neu in den Shop eingezogen. Wer ist denn noch dabei im Shop? Du kennst ja schon mein Whip-Grip Flexible. So, das ist das Flexible. Das Flexible hat hier hinten einen, ähm, elastischen Verschluss quasi, wie so irgendwie Haarträger. Das sage ich immer ganz gerne, weil wir Frauen wissen, was das überhaupt ist. Also, wenn jetzt hier ein Mann zuschaut, bitte fühl dich nicht irgendwie anders behandelt. Aber, äh, ja. Äh, ich wüsste jetzt nicht, woran Männer andersosenträgern, könnte das sein? Ja, doch, hier oben, glaube ich, zum Verstellen, ne? Ähm, kann man das, äh, man kann das so gleichsetzen. Und man kann das dann halt hier größer und kleiner stellen. Und dann eben auf so ein Köpfchen aufsetzen. Zack. Auch super angenehm zu tragen. Also, äh, ich gewöhne mir das jetzt an, dass ich das unter der Perücke anziehe. Weil das wirklich, äh, da, da, da piekt es dann nicht oder so. Weil mich piekst die Lace manchmal ein bisschen, äh, mit den Haaren jetzt. Weil, wie gesagt, Wigrip oder, ähm, Wigcap könnte ich auch aufsetzen. Aber das ist halt, weil ich es halt anders gewöhnt bin, die letzten paar Jahre, ähm, noch nicht machbar. Mal gucken, wie kurz die Haare werden. Vielleicht geht's auch wieder ohne. Ähm, ja. Also, das wäre das Flexible. Warum ich dir das Flexible zeige, ist, weil es eine Limited Edition an Dunkelbraunen Flexible gibt. Also, Flexible in Dunkelbraun ist jetzt auch im Januar eingezogen. So. Wenn du das Flexible jetzt gesehen hast, das hier hinten verstellbar mit, äh, diesem BH-Träger-Teil. Und vorne mit einer, ähm, für einen Scheitel quasi, wenn du einen Mittelscheitel trägst. Oder du kannst es auch schräg aufsetzen, dann könntest du den Scheitel auch nach da machen. Dann ist das mit, also das Gummi bloß verschoben. Ich zeig dir das mal. Dann sitzt das Gummi hier. Aber das stört mich jetzt zum Beispiel auch nicht. Ne, also, das funktioniert auch. So, ähm, als nächstes wollte ich dir das, äh, Wigcap Invisible zeigen. Ja, das ist irgendwie im Moment so dein Hauptbrenner. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Also, ich mag's auch, ne. Das ist super dünn. Ähm, und hat halt so einen Riesen-Lace-Bereich. So. Da kannst du halt hier länger nach hinten schalten und hier halt voll, äh, auch Haare aus dem Gesicht raus machen, ne. Also, das funktioniert auch. Ähm, hinten hast du auch wieder diesen BH-Träger-Verschluss. Und das zeige ich dir, weil auch hier eine Limited Edition Browne-Wig-Grip in den Shop eingezogen ist in diesem Monat. Genau, die haben wir auch. Und dann haben wir noch, das ist eigentlich, also, die letzten Monate doch, es ist eigentlich dein allerliebstes Lieblings-Rip-Grip. Ähm, das ist das Silky. Silky, das hat hier so einen Silikon-Bereich, also einmal so rundherum bis zum Verstoß quasi. Und hier ist es dann halt frei im Lace-Bereich. Und hier geht's dann weiter mit dem Silikon. Ähm, in B ist das dein Lieblings-Lieblings-Lieblings-Teil. Äh, und von meiner, äh, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Siehste, ach, Mensch. Ähm, viele meiner Mädels, so rum, was war das eben für ein Satzbau, also ich bin heute auch schon wieder nicht mehr zurechnungsfähig. Ähm, von vielen Mädels, die ich kenne, ist das mit das Lieblings-Wig-Grip, weil sie damit halt auch Zöpfe machen. Also ich mache die auch, mache auch Zöpfe mit den anderen Wig-Grips. Das geht, ähm, eigentlich mit allen. Hier hast du bloß nochmal, dass es weniger halt rutschig ist. Und du könntest es theoretisch andersrum anziehen. Ähm, wenn du keine Haare mehr hast, dann hält die Perücke quasi auf dem Samt auf der anderen Seite. Und, ähm, hier ist das Silikon halt auf deinem Köpfchen. Das würde auch gehen. Aber wenn du es andersrum anziehst, dann merkst du halt das Klett, ne? Also das ist schon, äh, wichtig zu wissen. Wenn du es normal rum anziehst, dann ist das Klett natürlich nach außen. Also hier nach außen, ne? So, dann merkst du das nicht. Ja, ähm, ich erzähle dir das, weil es jetzt auch hier eine Limited Edition an dunklen Silikis gibt. Die sind im Shop, ähm, ja. Es sind noch ein paar da. Ähm, wie gesagt, die braunen ist halt so das Ding. Ähm, viele ziehen die unterbraunen Perücken an. Deswegen, ähm, habe ich sie unter anderem aufgenommen, weil sie, weil es sich das gewünscht wurde. Ja, und deswegen gibt es die Limited Edition von den drei verschiedenen Wig-Grips. Und, ähm, das Top-Wig-Grip, das bleibt in braun höchstwahrscheinlich im Shop, denke ich mal. Ja. Als nächstes, äh, was haben wir denn hier? Das waren jetzt alle Wig-Grips. Ähm, ich möchte dir nochmal das Wig-Grip, ähm, kurz zeigen, was ich, ähm, ähm, wann war das ungefähr im November oder Oktober rausgebracht habe. Und zwar ist das das Wig-Grip Lovely, weil das eine Eigenkreation ist, äh, die ich über alles liebe. Dieses Wig-Grip, das ziehe ich jedes Mal zum Sport an. Dazu kommt aber noch ein eigenes Video. Ähm, das werde ich nach diesem Video online stellen. Ähm, ich drehe das jetzt gleich auch im Anschluss, hab hier schon alles, äh, bereitgelegt, so dass du dann, ähm, mal, äh, siehst, äh, wie dieses Wig-Grip im Einsatz ist quasi und, äh, ja, was man damit so Schönes machen kann. Also ich setze es mal auf. Das, ähm, Lovely Wig-Grip, so, sitzt jetzt nicht richtig. Müsste mal hier, muss ich ja gucken. Und meine Koteleten stehen ein bisschen ab. Ja, die stehen jetzt ein bisschen ab, weil ich die nach, das Wig-Grip nach dem Sport einfach ausgezogen habe und hingeschmissen habe. Ähm, das wird jetzt erstmal gewaschen. Und dann liegen die auch wieder an. Ja, ansonsten, äh, wenn es aufsetzt und du hast sowas mal, dann gibt's Geheimtipp. Ein bisschen Wasser für Finger, einmal hier rüber gehen oder ein bisschen Conditioner, äh, dann steht da auch nichts mehr ab. Das steht jetzt nur ab, weil, wie gesagt, ist so getrocknet, wie sich das anhört. Warum das hier so absteht, erzähle ich dir in dem anderen Video. Aber, ähm, ich wollte es dir zumindest zeigen, weil, ähm, ich lieb's wirklich und ich zieh nichts anderes zum Sport an. Jetzt hab ich hier ein Alfalfaha, im Übrigen. Was du aber nicht merkst, also, siehst du, ich hab's ja nicht mal gemerkt. Ähm, die Seite sieht man ganz schön, dass jetzt hier halt ein Kotelette ist. Wobei hier nur wenig ist und hier hab ich ja diese Busch-Kotelette. Oh, Kotelette. 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 Ich hab schon wieder nicht Kotelette. Koteletti. Ja, ähm, dieses Whitgrip, äh, gibt es in drei verschiedenen Farben im Moment. Ähm, es sind aber auch wirklich nicht mehr viele im Shop, weil ich die, ähm, weil ich die alle selber mit der Hand beknüpfe. Ähm, du kannst dir quasi die Koteletten selber zuschneiden, also schneidest du die auf deine richtige Länge zu. Die sind, wenn sie, wenn es kommt, bestimmt so lang. Ähm, und dann schneidest du dir die auf deine eigene Länge zu, so, ähm, am besten mit einer Effilierschere. Ich glaub, ich hab dazu auch schon ein Video für dich gemacht. Ähm, und, äh, dann hast du auch Koteletten, wenn du keine hast. Weil das war ja die ganze Zeit mein Problem. Ich hab diesen Busch hier und auf der anderen Seite, da wollt einfach nichts kommen. Und hier sind sie halt lang. Aber wenn du mal guckst, wenn ich die oberen Haare wegmache, ist hier irgendwie meine Kotelette immer noch dieser... Out of Koteletti. Sie will einfach nicht. Ja, also ich hab... Es gibt, äh, drei verschiedene Farben. Es gibt, äh, Braun. Dann gibt es das Aschige Braun. Das hab ich im Moment. Das ist aber indisches Haar. Das hier ist europäisches Echthaar. Und, ähm, dann habe ich noch Dunkelblond gerade im Angebot. Das ist das hier. Ja, das sind die Wigbrip Lovelies. Die wollte ich dir unbedingt nochmal zeigen. Weil ich selber finde sie absolut genial. Es sind wirklich nicht mehr viele da. Ich glaube, von den braunen sind noch zwei da. Äh, äh, also von den dunkelbraun heißen sie, ne? Nee, braun. Braun? Braun, braun. Genau. Von den braunen sind noch zwei da. Von dem aschigen noch eine. Und von den dunkelblonden gerade auch nur zwei. Also, das ist nicht viel. Ähm, wie gesagt, ich bin da der absolute Fan von, was Sport mit Perücke mit diesem Band angeht. Aber, das kommt im nächsten Video. Reicht jetzt auch. So, jetzt kommen wir zum nächsten Produkt. Was im Januar neu ist. Ach, ja. Du kennst die schon. Dream Delicious. Wieder im Lager. Ja, die waren ja, äh, ja gut, fast leer. Also, da waren nicht mehr viele, ich glaube, fünf Packungen hatte ich noch hier. Ähm, das sehe ich ja täglich auf. Also, die Dream Day sind die hier, die ich gerade drauf habe. Und jetzt gibt es die Dream Night. I love them. Die sind in der, äh, Night Dream. Entschuldigung, so rum. Siehste? Ja. Kommen da immer durcheinander. Ähm. Ähm, Night Dream Lashes. Die sind wirklich, also muss man auf meiner Seite dann gucken. Ähm. Ja, der Wimpernausschlag ist sexy, würde ich sagen. Also, ich mag sie sehr, sehr gerne. Ähm. Gerade für Feiern gehen, zum Abend, zum Essen gehen und so weiter und so fort. Ähm. Was man mal gerne macht, wenn man sich mit Freunden trifft oder so, finde ich die super, super schön. So, für den Tag sind halt die, ähm, Clean Day Lashes und für den Abend sind halt so die Night Dream Lashes. Ja, deswegen gibt es jetzt auch die. Ich liebe die Box, die hat die F3-Agentur wieder designt. Ähm, richtig toll. Ich verlinke dir mal unten die Seite. Also, wenn du noch eine Werbeagentur suchst, dann hin da. Ähm. Ähm, der Geschäftsführer, der Frank, der macht das so super gut. Äh, du kennst ja meine ganzen Sachen und alles ist das Designen aus der F3-Agentur. Also, ähm, ich habe meine Wünsche erzählt und das, also, das, was ich vom Herzen aussagen möchte und es kam das alles bei raus. Und dafür bin ich so, so dankbar, äh, dass ich gar nicht oft genug sagen kann, wenn du eine Werbeagentur suchst, dann melde dich bei der F3-Agentur. Definitiv. Ja, so, jetzt kommen wir zu den beiden letzten Produkten. Es gibt noch zwei neue Klebeprodukte. Und zwar sind das diese Stripes. Die sind für Haarteile, äh, zur Verklebung, ähm, auf PU geeignet. Ähm, also auf Folienbereichen von Perücken. Ähm, Perücken beziehungsweise, ähm, Haarteilen, ähm, das ist eher dauerhafte Verklebung. Na, dauerhafte kannst du auch nicht sagen. Ähm, diese Dinger sind ultra stark. Wenn du das auf Lace verwenden möchtest, ist das auf eigene Gefahr. Und wenn du das machst, dann nur, wenn du den Remover benutzt, also einen dafür geeigneten Remover, weil sonst kriegst du das nicht mehr ab und könntest dir eventuell die Perücke kaputt machen. Also, ich habe es noch nicht auf Perücken freigegeben, weil, ähm, ich bin da noch am Testen. Es, ich habe es mit Lace getestet und es hat bei mir funktioniert, weil ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Solange ich aber dir nicht sagen kann, du kannst das ohne Bedenken benutzen, ähm, beziehungsweise musst ein bisschen Erfahrung mit Tape haben, dass du da nichts kaputt machst, ähm, fang lieber mit einem anderen Tape an. Das möchte ich nur dazu sagen, aber sie sind da in 30x100. Zehn Stück sind in einer Verpackung drin. Ja, dann haben wir den White Glue. Es wurde sich gewünscht von einer meiner liebsten Kundinnen, ein Kleber für Volume-Bereiche von Perücken. Und, ähm, das ist wirklich für Perücke und auch Haarteile geeignet. Ähm, du könntest, wenn du wolltest, so, äh, das Ding 10-12 Tage, je nachdem, äh, was für ein Hauttyp du bist, kleben lassen. Ich sag ja immer, Perücke abends abmachen ist das Beste. Das hier auch nur mit Remover entfernen, äh, sonst gibt's eine Katastrophe. Also, der hält wirklich gut. Also, ich hab's nicht anders runtergekriegt. Ähm, ja. Also, ich würde auch sagen, das ist eher auch ein Produkt, äh, für jemanden, der sich schon ein bisschen auskennt, ähm, oder halt eine alte Perücke hat, wo er halt einfach immer mal irgendwas dran testet und übt, oder wo das nicht so schlimm wäre, wenn irgendwie was kaputt geht. Ich sag's lieber so, was kaputt geht, weil ich weiß nicht, wie rabiat ihr mit eurem Perücken seid. Das kann ich nicht einschätzen. Deswegen muss ich davon ausgehen, dass ihr das Schlimmste tut und einfach daran reißt, ne? Und das geht halt einfach nicht bei diesen, äh, Klebern, weil die halt einfach dafür viel zu stark sind. Der ist übrigens weiß und wird dann transparent, wenn er trocknet. Also, du siehst dann auch, wenn der trocken wäre, also, äh, der ist nicht die ganze Zeit weiß, es ist bloß besser, äh, dass der weiß ist, weil dann siehst du, wo du Kleber hingemacht hast, als wenn er transparent wäre, ne? Also, ist wie beim, ähm, beim Lashes-Kleber, sozusagen. Ja, äh, lovely. Das war's eigentlich auch schon. Ich denk mal, das rächt jetzt mal an Produkten. Aber, ich wäre ja nicht ich, wenn nicht irgendwie schon wieder was am Köpfchen wäre. Von daher, ähm, sie entwickelt fleißig weiter, ähm, und meldet sich natürlich auf Instagram oder auch hier bei dir mit den, äh, neuesten Produkten. Und ich hoffe, kannst dir mal ein paar Kommentare da lassen, ob das mal was ist, was, was du toll findest oder ob du das blöd findest, ähm, was du dir vielleicht wünschst. Weil ich, äh, wünsche mir halt von dir, äh, Feedback, damit ich sagen kann, ja, das könnte man noch umsetzen oder das oder, ähm, mir fällt vielleicht Produkt ein, wenn du sagst, du hast für den und den Anwendungszweck noch nicht das geeignete gefunden. In der Lebenslage funktioniert das nicht mit deiner Perücke oder deinem Haarteil oder, 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 oder. Äh, sag mir das ruhig, denn nur so kann ich, ähm, wissen, was dir vielleicht fehlt. Und ja, dann war's das jetzt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bei mir ist jetzt schon Abend. Wie immer, kann ich immer alles erst spät machen. Ähm, aber, ich denke mal, wir sehen uns beim nächsten Video, oder nicht? Nämlich, nämlich, das ist das Video, wo du schon die ganze Zeit drauf gewartet hast. Sport mit Perücke. Also, bis dann. Tschüss.